Die Beziehung zwischen Luisa Neubauer und hart-aber-Fair-Moderator Luis Klamroth sorgte für Kritik, denn manche befürchten nun eine Einflussnahme auf unabhängige Berichterstattung. Der WDR jedoch verteidigt seinen Moderator. Doch könnte ein Arbeitgeber bestimmte Beziehungen untersagen oder jemandem dafür kündigen? In Deutschland haben wir dafür klare Regeln. Der Arbeitgeber darf Beziehungen am Arbeitsplatz und natürlich außerhalb der Arbeit nicht verbieten. Eine Melde- oder Zustimmungspflicht besteht zudem auch nicht, kann aber, wie zum Beispiel beim Axel Springer Verlag, Teil eines Verhaltenskodex sein, der juristisch gesehen jedoch keine große Rechtsmäßigkeit besitzt.